Das äußerst selten gewordene Handwerk des Zinngießers übt ein uralter Münchner Familienbetrieb auf höchstem Niveau aus. Leonhard Mutz. Branchenkennern ist der Name Mutz seit 1879 ein Begriff, werden doch in der Werkstätte stets feinste, handwerklich perfekte Arbeiten hergestellt. Vom Zinnteller über Sportpokale und Vereinswappen bis hin zu edlen Geschenken und Medaillen erstreckt sich das Spektrum des Meisterbetriebes. Die individuelle Auftragsfertigung nach Kundenwunsch ist dabei der Schlüssel zum Erfolg des Handwerksbetriebes. Einer langen Tradition verpflichtet, geben alle Mitarbeiter im Betrieb stets das Beste, um ihre Kunden mehr als zufriedenzustellen. Auch langjährige Partner aus der 1. Bundesliga sind jedes Mal aufs Neue beeindruckt von der Qualität und der handwerklichen Sorgfalt der Zinngießerei Mutz. Informieren Sie sich im Internet unter www.zinngießerei-mutz.de oder schauen Sie direkt im Ladengeschäft in der Schleißheimer Straße in München vorbei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017